So, jetzt habe ich aber, weil es ja auch immer frisisch ist, ein Duett gesungen. Das kann ich ja nicht alleine. Und da habe ich natürlich einen Freund eingeladen, der heute dazu für die Düsseldorf ist. Und da habe ich auch Lust, mit mir zusammen dieses frisische Duett zu singen. Und der ist heute ab da. Und ich glaube, Sie kennen alle. Es ist Mirko Nonchef. Mirko Nonchef kommt aus Ostfriesland direkt hierher, mit seinem spanischen Outfit, mit seinem frisischen Outfit. Und Sie sind extra hergekommen heute hier aus Ostfriesland, ja? See. Und Sie sind weit gereist? See. Und haben Sie lange gebraucht? See. Und Sie wollten hier Ihre Verwandten besuchen? See. Ihre Schwester? See. Wie heißt die? Su. Su? See. Suzi? Gut. Und was werden wir jetzt zusammen singen? Das heißt übersetzt Moin Moin. Okay. Unter Ihrem Popo hat sie ganz wie Beine. Leider spricht sie nur Americano. Die Frau. Augen kündigt sie nur Americano. Auch wenn wearst sia nicht alles heiß, die neueine aoupon. Oder ein Schlagermas heißt?" deiner Yoga. Auch wenn sie nicht usaen haben Sie diese杯ie. Oder ist das eine? Die Frau von Colden карт. Das heißt outrageous. Applaus Applaus Applaus